Musik Ja, hallo alle zusammen, hier ist Maik Diehl, ich bin Radiomoderator in Süddeutschland und auch Stadionsprecher bei der TSG Hoffenheim und nebenbei auch ein riesengroßer Fan des Hockeysports. Denn Hockey hat viele, viele Gemeinsamkeiten, vielleicht mehr als man denkt, auch mit dem Bundesliga-Fußball. Viele Bundesliga-Vereine bereiten sich in ihren Spielvorbereitungen auch vor und schauen sich Hockeyszenen an, weil dieser schnelle Sport doch unheimlich verbindet. Fußball ist ja mittlerweile auch viel, viel schneller geworden. Hockey ist es ohnehin. Ja, und Rebecca Landshut, aktuelle Bundesliga- und ehemalige Nationalspielerin, dreht jetzt einen sehr interessanten und, wie ich finde, auch sehr emotionalen Film über Hockey. Sie begleitet ein ganzes Jahr lang die Damen- und Herren-Nationalmannschaft auf ihrem Weg nach Rio und ihr werdet bei diesem Film Situationen und Aufnahmen sehen, die richtig emotional sind und teilweise doch auch sehr unter die Haut gehen. Und ja, ich hoffe, ihr unterstützt Rebecca und ihr tolles Team, gebt ihr Power und Kraft, dass dieser Film auch bald zu sehen ist. Alles Gute! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.